Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1850 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017